Guten Tag, heute wird aufgeräumt und zwar mit dem Chaos Töffli Kleinmotorrad. Was ist es überhaupt? Wie muss ich das Ganze einlösen, vorführen? Pass auf! Ich komme sehr, sehr viele E-Mails über Töffli Kleinmotorrad, was ist es? Oder mehr noch, es kommen viele Fotos, sie haben ein Töffli gekauft und dann steht da so etwas und dann fängt das Problem an. Ich glaube, wir fangen mal beim besten Beispiel an. Das ist ein Kleinmotorrad, grosse, verschalte Schutzbleche, drei Gänge. Dann, wenn man natürlich in die Dokumente schaut, sieht man, das hat mehr als 0,81 PS. Typisch Kleinmotorrad, eine Fussbremse. Das hat jetzt auch typische Töffli-Schutzbleche, der Lenker, Lampen, Tank. Das könnte alles ein Töffli sein, rein theoretisch. Sachs ist wirklich am schwierigsten zu unterscheiden. Achtung! Hahaha! Ich wollte es jetzt aber knapp sehen. Es ist aber natürlich ein Jahrgang 56. Also somit ist schon klar, es ist kein Mofa. Man sieht das auch natürlich an den Motoren. Die zwei haben jetzt die gleichen Motoren dran. Das waren die ersten Motoren, Sachs 50. Nicht 50-2, sondern einfach Sachs 50. Fahrt wie gekühlte, mit so leicht ovalen Zylindern. Und auf der Plakette steht 1,25 PS. Die haben auch eine höhere Geschwindigkeit. Die haben natürlich leicht mehr Leistung, die Hälfte mehr Leistung gut. Was man auch erkennt als Kleinmotorrad, ist die grosse Rädchen. 26 Zoll Pedalachse. Durch den Motor durch. Das ist typisch Sachs 50. Die Stängelbremse. Das ist auch ein klarer Indikator. Kleinmotorrad. Die sind darum 40-45 gelaufen. Weil es hinten sehr sehr kleine Zaggrenzen sind. Also das hat bis zu 26 Zaggrenzen. Da haben wir typisch jetzt bei beiden gerade die originalen Auspiffe. Das sind so ganz kleine Flötenauspiffe mit durchmessen 55. Immer laberalaberalaberalaber. Puch, VS50, DS50, Simpsons, Schwalbe. All diese ganzen Sachen. Floret, Dreugang. Dort sieht man es deutlich. Weil das ist optisch ganz etwas anderes als ein Töffel. Hier haben wir jetzt ein bisschen als Gegensatz. Wir hatten immer 19 Zoll Rädchen. Nie grösser. Also keine 26 Zoll. Der Motor. Das ist der typische Sachs 50'2. 0,8 PS. Ganz deutlich erkennbar. Ein anderer Vergaser. Wie der, was wir vorher gesehen haben beim Kleinmotorrad. Die Pedale sind separat. Nicht durch den Motor durch. Bei den zwei Gang Handgeschalteten immer eine Rücktrittbremse. Das heisst über ein Ritzel. Und nicht über Stängelbremse. Zahnkranz. Sachs 4010. Puch je nach Modell 4510. In dieser Grössenordnung. Da sieht man ganz deutlich Töffel. Ganz klar einfach die Optik mit diesen Schutzblechen. Das ist jetzt das höchste der Gefühle. Mit diesen Flügeln da unten dran. Und natürlich entweder Automat oder Zweigang Handgeschalten. Allgemein in der Schweiz. Töffel. Circa ab Jahrgang 61. Maximum 30 kmh. Kleinmotorrad 40-45 kmh. Das sind die wichtigsten Sachen. Kleinmotorrad unterscheidet sich im Wesentlichen zum Einlösen. Das muss vorgeführt werden. Mit den gelben Nummern. Weil die sind bis 45 kmh erlaubt. Bei den Töffeln ist es ein riesiger Chaos in der Schweiz. Dort ist nichts einheitlich. Also da kommt es auf den Kanton drauf an. Das ist ein riesiger Puff meiner Meinung nach. Es ist überall anders. Kleinmotorrad ist überall gleich. Und zwar braucht man, wenn man jetzt zum Beispiel in Deutschland oder in Österreich holt man so einen Puch. Man muss das verzahlen gehen. Das heisst, wir brauchen einen Vertrag von der Person, die wir gekauft haben. Unterschrieben. Der Preis drin ist. Und dann kommt man das Formular über das 1320 an. Da ist dann bereits eine Stammnummer vergeben worden, die jedes Fahrzeug braucht. Plus die Veranlagsfügung vom Zoll. Das ist mal die Hälfte, die man braucht, um das vorzuführen. Das ist jetzt beides aus dem Deutschen. In Österreich hat das aber ähnlich ausgesehen. Sind das so kleine Betriebserlaubnis, sagt man dem. Die ganzen Werte sind da drin. Die ganze Masse der Redli. Was für ein Motor. Da hat es sehr schön sogar Fahrgestellnummern und Motorennummern. Wenn man diese beiden Sachen hat. Also das 1320 A. und so eine Bestätigung, dass das Fahrzeug so gebaut wurde. Dann kann man das ohne Probleme vorführen. Ich hoffe, ich habe jetzt ein paar noch helfen können. Gehen wir natürlich noch raus. Und fahrt noch zwei von diesen Prachtstücken. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.